Wir stehen hier am zweiten Tage der Aktion von Ende Gelände zwischen zwei der weltweit dreckigsten Kohlekraftwerke in Neurath. Genau das ist der Grund, warum wir sagen, wir wollen diese Kohlekraftwerke dicht machen. Sie verschmutzen die Umwelt mit Quecksilber und anderen giftigen Substanzen. Sie treiben die CO2-Emissionen europaweit in die Höhe. Deswegen sagen wir Kohleausstieg 2030 die 20 dreckigsten Braunkohlemeiler sofort dicht machen.